Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu Vampire Survivors. Heute schalten wir einen Secret Charakter frei und das machen wir, indem wir in den Gallo Tower gehen. Wir schalten nämlich Leather frei oder Zelda oder Lida, keine Ahnung wie die ausgesprochen wird. Und um das zu tun, müssen wir einfach nach unten rennen. Also wirklich, ganze Zeit nur nach unten. Ich glaube, ich muss euch das nicht zeigen, wie das geht. Wir müssen wirklich nichts besonderes machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr solltet auch den Weg nach unten natürlich ein bisschen XP mitnehmen, denn ihr müsst den Secret Boss, um ihn frei zu spielen, auch einmal hier in dieser Stage besiegen. Man sieht es auch vielleicht schon so ein bisschen. Ich bin jetzt acht Minuten nach unten gelaufen und um mich herum wird es so ein bisschen dunkler. Das passiert so ab fünf Minuten, dass es immer dunkler wird. Irgendwann ist es ganz dunkel und dann heißt es, dass ihr sehr nah dran seid. Vielleicht fällt es den einen oder anderen jetzt besser auf, dass es dunkler wird. Jetzt sieht man es schon deutlich, dass es um mich herum noch so ein heller Kreis ist und man die Gegner teilweise außerhalb gar nicht mehr sieht. Und umso dunkler es wird, desto näher ist man dran. Hier sieht man die Gegner zum Beispiel gar nicht mehr außerhalb von meinem Kreis. Ich werde mal kurz stehen, damit ihr es seht. Die kommen hier so rein, gesteppt. Und jetzt verändert sich auch die Musik. Sobald sich die Musik geändert hat, seid ihr ganz nah dran. Und hier am Rand haben sich jetzt auch die Schriften verändert. I am alive hier steht da nämlich. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Das sollte aber das kleinste Problem sein, weil man erkennt sie recht gut. Und sie kommt auch zu einem her. Wie alle anderen Gegner auch. Da ist sie. Dieser komische dicke Kreis. Das ist Leder. Leder. Wie auch immer. Der Secret Character. Und den müssen wir jetzt besiegen. Ich bin jetzt ungefähr 14 Minuten nach unten gelaufen. Im Hyper-Modus. Natürlich nicht komplett straight. Ich habe z.B. auch ein paar Gegner getötet. Musste ich auch. Bin ich gestorben. Aber ja. Jetzt ist er tot. Es kommt ein komisches Geräusch. Das Geräusch, was immer kommt, wenn man etwas freispielt. Und dann könnt ihr hier eigentlich rausgehen. Und hier hat man Leder. Ihr müsst ihn nicht mal freikaufen. Hat keine Passive anscheinend. Aber er hat schon direkt den Evolved Magic Wand. Und die Stats sind 125% Might hat der. Minus 10% Movement Speed. Aber dafür 8% Amor. Und weniger Cooldown. Und mehr Area. Mal gucken. Wir spielen den Harry-Modus. In der Bone Zone, oder? In der neuen Ebene. Im Harry-Modus. Klingt das gut? Oder ist das zu schwer? Wir werden es herausfinden. Welches Arcana nehmen wir denn? Mit Attack-Speed-Arcana. Denn wir haben ja den Magic Wand Evolved. Und ich glaube, der ist ganz gut mit Attack-Speed. Joa. Katzen? Ne. Free-Roll. Vanish. Cross. Pentagon mache ich nicht. Free-Roll. Was will ich gehen, Leute? Ist die Frage, ne? Ich weiß es gerade nicht. Also, Magic Wand direkt am Anfang zu haben, ist schon krass OP. Nehme ich an. Ich glaube, wir werden erstmal in den ersten 10 Minuten keine Probleme haben. Das Game geht ja nur 15 Minuten im Harry-Modus. Der macht auch 66 Schaden. So, normalerweise machen Waffen irgendwie 5 oder 10 Schaden, gefühlt. Also, wir können ja echt erstmal stehen bleiben. Selbst im Harry- und Hyper-Modus. Aber ich will nicht stehen bleiben. Die Sachen sammeln. Meint ihr, man kann nur mit Magic Wand gewinnen? Ne, ne? Ach ne, das ist Schwachsinn. Hm, warum kriege ich so komische Items, die ich nicht haben will? Oder kann man Magic Wand gewinnen? Bauen wir. Ich meine, später wird es ja schwer. Deswegen glaube ich eher nicht. Aber wenn man so einen OP-Character hat, da bin ich schon wieder unsicher. Noch mehr Attack-Speed. Let's go. Keine Ahnung, ob das noch was bringt. Wie hoch das alles steckt. Aber einfach mal ausprobieren. Ey, ich will doch einfach nur eine neue Waffe. Krieg nicht mal eine Waffe. Also keine Waffe, die ich haben will. Nice Vault zum Beispiel nicht. Und da ist der Boss. Der sollte aber ganz schnell tot sein. Ja, wie sie. Doch nie so einfach ein Boss besiegt. Damage. 10% mehr. Let's go. Haben wir noch nicht genug. Ja. Habt ihr überhaupt andere Waffen? Ja doch, ich hab schon Knife gesehen. Und Cross hab ich ja gebanished. Nichts ein paar Worte hab ich gesehen. Aber warum krieg ich immer dasselbe gefühlt? Erstmal hier einen halben Voice-Track kriegen. Vor Aufregung. Manisch-Clock. Ich glaub, die Lanze hab ich noch nie gespielt. Das ist für mich irgendwie total uninteressant. Immer dasselbe. Luck brauch ich nicht. Das ist der nächste Boss. Aber der wird auch ganz schnell tot sein. So, zack. Geld. Weil wir alles auf Max-Level haben. Wir sollten jetzt was Neues kriegen. Ne. Pracer und Spinat war gar nicht auf Max-Level. Ey, was soll das denn hier? Wir wollen kommen. Nicht Bibel. Wenn wir schon das Speed-Dings haben. Speed Arcana. Ich will jetzt nicht nur mit einer Waffe rumlaufen, die ganze Zeit. Auch wenn ich's noch aushalten kann. Easy. Weil das alles one-shotted. Ja, jetzt krieg ich hier die Waffen, aber auch nicht die, die ich haben will. In dieser Stage gibt es kein Chicken. Darf also nicht so viel unnötig Schaden kriegen. Ach stimmt, wir haben ja 125% Might. Oder was war das? Ja, wir machen ja voll viel Schaden. Generell. Auch mit den Bibeln. Sieht ja jetzt nicht nur am Magic Wand, dass er Evolved ist, sondern der Charakter macht ja mit allem einfach viel Schaden. Oh mein Gott. Stellt euch wie, ihr habt einfach early Garlick. Habt ihr gewonnen. Ey, warte mal, wenn Garlick auch so viel Schaden macht, dann ist das ja ein No-Brainer, dieser Charakter, oder nicht? Da muss man ja gar nichts machen. Ich muss ja jetzt schon gar nichts machen, gefühlt. Okay, ich verliere ein bisschen Leben, aber das ist okay. Kommt mir gar nicht so vor, als wenn das Sorry-Modus ist, bin ich ehrlich. Jetzt ist schon die Hälfte rum. Ah ne, ist gar nicht die Hälfte rum. Ich vergesse immer, dass es ein doppelter Zeit tickt. Ich denke immer, die Zeit tickt ganz normal, weil ich da halt auch nicht raufgucke. Also die Hälfte ist wirklich, wenn da 15 Minuten steht und ich 8. Aber ja, auch dafür kommt mir jetzt nicht so schwer vor gerade. Hier ist jetzt natürlich ein bisschen viel Masse. Aber auch das kriegen wir weg. Hier mal die Katze. Ich will mal gucken, wie die auf Speed aussehen. Mit dem Speed-Buff. Nicht auf Speed. Das klingt irgendwie falsch. Können die sich eigentlich fetzen? Weil es heißt ja, irgendwas mit Pickups. Dass sie damit interagieren und dann ihren Kram machen. Ah, das ist wieder der grüne Tod. Da soll man ganz schnell weggehen. Mit seinen komischen grünen Anhängseln auch. Ah, geh weg. Der ist wohl schnell. Wir sind halt so langsam, da müsst ihr echt aufpassen. Da kann es halt easy kriegen, wenn wir nicht aufpassen. Oh mein Gott. Hilfe. Wo wollte ich eigentlich ungern sterben? Diebel. Okay. Gott, habe ich viel XP liegen lassen. Boon Tracer, let's go. Er will mich. Ich ihn aber nicht, bitte. So, er ist weg. Wieder freie Bahn. Kann wieder ein bisschen rumstehen. Und umkreislaufen. Ohne Angst haben zu müssen. Wir haben ja im letzten Part dieses States gespielt. Und am Ende wurde es echt voll. Und wir haben nicht mal im Hurry-Modus gespielt. Ich bin echt gespannt, wie das gleich aussieht hier am Ende. Ah, diese Schüsse, die können nicht mal. Die kommen eh nicht an durch unsere Bibel. Kerzenstände auch gut. Da fetzen sich unsere Katzen. Sagen wir hier erstmal ein bisschen drinnen stehen. Sollte ja passen. Ach, oder auch nicht. Random-Mazzo. Was nehmen wir? Nein. Ne. Vielleicht. Ne. Wir nehmen das. Weil, ich glaube, wir sterben nicht. Aber wenn wir sterben, ist gut. Das finde ich halt langweilig. Wobei, wir können kritten. Mit Whip. Ne. Kommen wir auf die Duration. Boah, das bringt halt nichts. Duration bringt halt gar nichts. Ich bin nur auf das. Der Rest bringt gefühlt nichts. Okay, für Rune Tracer hätte ich vielleicht was gebracht, oder? Ach, und für unsere Bibel. Aber wenn die Bibel devolved ist, ist sie eh dauerhafter. Hm. Schwierig. Oh Gott, dieser Speed. Kreissegel, let's go. Die Speed Random-Mazzo ist echt cool. Will ich Axt devolven? Also will ich Axt schmieren? Nö. Ich weiß aber auch nicht, was ich stattdessen spielen soll. Bin ich ehrlich. Keine Ahnung. Äh. Garlick will ich auf jeden Fall nicht spielen. Das wäre zu OP. Auch wenn ich den Schaden gerne mal sehen würde. Oh mein Gott, wenn wir da noch dieses Selfie Arcana nehmen. Plus Whip, plus Garlick. Dann ist das... Dann ist der OP-Heal-Bild... Äh, dann ist der Heal-Bild mehr OP als den Heal-Bild, den wir das letzte Mal gespielt haben. Das sag ich euch. Das ist dann der OP-OP-Heal-Bild. Oh, wie will ich schon gewolved? Das ging schnell. Die sind so schnell, man sieht die kaum. Das ist immer lustig, wenn der 200% Speed-Buff-Propped. Äh, spinnert. Duplikator. Nochmal Bi-Bild, die sich drehen. Ja, die Katzen hätte ich nicht nehmen sollen. Finde die immer noch komisch und useless. Irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern die mit Speed skalieren. Die fetzen sich jetzt da und... Die fetzen sich ja nicht schneller dadurch und machen mir Schaden, oder? Oder laufen die einfach nur schneller? Nee, auch nicht. Die laufen voll langsam. Ach, komm, wir nehmen mal Garlik. Ich will einfach mal gucken. Ich sehe Garlik kaum. Okay, Garlik zu nehmen war ein bisschen useless. Ich komme da grad eh nicht an die Gegner. Wait, warum bin ich fast tot? Kann mir das jemand sagen? Hallo? Hilfe? Ich bin einfach tot. Aber ich habe ja das Ding ins hier. Real-Wife Arcana. Nehmen wir das noch mit. Nochmal Garlik erhöhen. Äh, joa. Go for Garlik. Also eigentlich habe ich gesagt, wenn Bibel plus Garlik spielt, ist Gottlos. Bin ich auch immer noch der Meinung. Wollten wir mal gucken, wie viel Schaden Garlik macht mit der Leder. Aber ich glaube, das lohnt sich gar nicht. Also der Garlik macht grad eh nichts. Weil die Bibel ist so groß. Der Radius. Und Garlik noch so klein. Die Gegner kommen gar nicht an mich ran irgendwie. Wie ihr seht. Alles wird außerhalb des Garliks Radius getötet. Unlucky. Selbst wenn ich zu den Gegnern hinrenne, klappt es nicht. Und ich würde gar nicht erkennen, wie viel Schaden das macht. Oh, Garlik. Deal. Whip. Jetzt der Radius ist ein bisschen größer, aber auch nicht groß genug. Noch größer jetzt? Area, let's go. Ne, auch noch nicht groß genug. Da ist auch wieder der blaue Reaper, den ich immer noch nicht verstanden habe. Steht da unten einfach nur und macht sein Wasser. Verstehe es halt echt nicht. Area Bonus. Erhöht natürlich auch den Bibelradius. Deswegen kommt Garlik immer noch nicht an. Wie wir alles niedermähen. Aber auch nur, wenn wir ganz schnell unseren Pog haben. Noch mal Radius. Kein Radius für Garlik. Joa, drei Minuten noch. Ach, vier Minuten noch. Und bis jetzt muss ich sagen... Oh, Area. Aber auch noch nicht groß genug. Oder? Nee, ist mega schwer. Mit Garlik an den Gegner zu kommen. Naja. Ich muss sagen, noch sehe ich nicht viel von der Schwierigkeit, die wir im letzten Part hatten. Weil der Charakter, glaube ich, einfach zu OP ist. Wir spielen ja gerade quasi mit einer Waffe weniger, weil Garlik ist noch useless. Aus meiner Sicht hier auf jeden Fall. Keine Ahnung. Braucht es sein, dass Garlik Schaden macht. Aber das sehen wir ja eh im Endscreen, wie Schaden Garlik gemacht hat. Jetzt macht es ein bisschen Schaden. Wenn die Gegner nicht mehr One-Hit sind. Und die roten Gegner eh aufstehen. Nach 42, glaube ich. Kann mich aber auch verguckt haben. Random-Aid so. Was nehmen wir? Heal? Nee. Aber wie gesagt, der Rest ist useless. Bin im Heal. Falls wir Whip oder Garlik... Ach nee, Whip werden wir gar nicht evolfen können. Weil wir gar keinen Hallo Hard haben. Na gut. Aber die Garlik könnte uns zielen. Falls sie mal involft wird. Und die Gegner an uns rankommen. Oh, jetzt kommen sie alle ran. Oh mein Gott. Jetzt werden die aber wütend hier. Da muss ich mal ganz schnell den Radius erhöhen. Hehe. Random-Aid macht auch seinen Job. Ach nee, Random-Aid so. Boontracer. Was glaubt ihr? Hab Garlik Schaden gemacht? Ich glaube eher nicht. Also ein bisschen Schaden schon, aber nicht viel. Ah, zwei Minuten noch. Ich kann halt auch nicht einschätzen, ob hier gerade richtig viel los ist. Dafür, dass es Harry-Modus ist. Oh doch. Jetzt kann ich es sagen. Hehe. Ja. Das war viel. Aber auch das machen wir easy weg. Wir haben gar keine Probleme. Boah, die Katzen sind voll groß. Will ich jetzt erst. Und ich glaube, wir hätten gleich Garlik Evolve. Ja, haben wir. Okay. Gucken, ob wir gehielt werden. Ah, jetzt der Radius so groß wie die Bibel. Nice. Wir werden gehealt. Hehe. Warte, wenn wir uns healen, machen wir ja die Hälfte von dem, was wir gehealt haben, an Schaden an den Gegnern. Die um uns, um uns sind. Da stackt das mit der Stärke, die wir haben. Wobei, 125% von 2 Damage sind jetzt auch nicht so viel. Hehe. Ah. Ignoriert meine Frage. Okay. Die waren vielleicht 10 Damage oder so. Statt 4. So. Die letzten Sekunden. Okay. Hier merkt man den Harry-Modus dann doch. Überall Skelette. Geil, wo man hinguckt. Ich hab nicht mal alle Fähigkeiten auf Max-Level. Jetzt. Ich hab noch geschafft. Äh. Ich hab noch meine ganzen Revives. Bip, 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 bip. Jetzt geschafft. Alles Max-Level noch gekriegt. Das war der letzte Revive, glaube ich. Ja. Gut. Garlick. Hat wie viel Schaden gemacht? Oh, doch. 78k. Aber nur 210 DPS. Das ist gar nichts. Also das war useless. Das Revolve-Garlick hat am Ende noch ein bisschen gemacht. Aber auch nicht viel. Ja. Die Bibel natürlich. Top-Damage. Gut. Hätten wir das auch. Das war Leder. 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 Keine Ahnung. Lustiger Champ auf jeden Fall. Beziehungsweise Charakter. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Kommentar. Und checkt die Beschreibung. Und jo. Dann bist du nächstes Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.